Wie halte ich denn jetzt? Zwei Kameras? Weiß ich auch nicht. Doch. Achso, nee. Ich habe jetzt zwei Hände. Auto, Auto. Läuft. Jetzt sind wir hier gefahren mit dem Roller. Die Christine ist da. Christine Schwarzer Photography. Heute vloggen wir über die Fotos, die wir machen für die Webseite. Immer diese Anweisung. Machen wir Fotos für die hier meine Webseite normalbeckers.com Ne, ich lauf die ganze Zeit. Sehr gut. Ein bisschen tiefer die Kamera. Kinn ein bisschen höher. Sehr gut. Ja, nee, das geht nicht. So, jetzt lassen wir es mal an die andere. Jetzt haben wir den schönen Hamburger Hintergrund. Hier den schönen Hamburger Hafen. Wenn ich dich so sehe, dann wird dir kalt. Also ich bin ja Profi. Ich habe ja immer alles dabei. Ja, das ist kacke. Ich habe ja keine BHs, deswegen. Na ja. Das sind Brustzeigen. Ich mache gerade mega sexy Gesichter aus. Da ist sie bei der Arbeit. Ja. Ja. Das sieht aus. Das sieht aus. Guck mal hier. Meins ist richtig licht. Richtig hell ist das da. Hier ist das Licht richtig gut drin. Wenn ich die Kamera jetzt zu dir drehe, ach guck mal, aber es geht. Nee, und ich stehe immer so in der Kaffeeschlange mit meiner Kamera und vlogge. Ja. Guck mal. Oh ja, das sieht sehr schön aus. Sehr schön. Ich sehe sonst nicht so gut aus. Manchmal ist das auch Zufall. Ja, und so vloggen wir uns weiter und fotografieren uns weiter durch den Tag. Die Leute sind schwer begeistert, dass wir hier filmen und fotografieren. Ja. 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 Hast du da reingespuckt? Ja. Mmh, lecker. Mmh. So, wir gehen weiter. Zum nächsten Wannen. Soll ich mich nochmal ausziehen? Ja, zieh dich aus. Okay. Die Leute gucken manchmal, wenn man dann mit zwei professionellen Kameras kommt und irgendwie einer Fotografin und da rumvloggt und rumfotografiert und sie überlegen dann, ob sie den irgendwie einordnen können. Was sagst du denn jetzt? Wie ist dein Gefühl? Ja. Boah, die Sonne war nicht da. Genauso wie wir es uns erhofft hatten. Ich glaube, wir haben trotzdem ganz schöne Fotos gemacht. Und dann machen wir einfach nochmal welche mit Sonne. Sock mal! Also.. Mulloh! Soll ich mich mal süD? Ahoc natürlich trafen